hallo guten morgen und herzlich willkommen zurück hier am nächsten tag bei 7 days to die ich habe die nacht hier verbracht ganze ruhe hat mein charakter hoch geheilt habe den rest gegessen was ich noch übrig hatte und wir werden uns jetzt mal hier ja von dannen bewegen soll ich mal erledigt ich glaube nicht mehr jetzt ist er okay so ja okay es ist ziemlich früh es ist ziemlich dunkel und es ist wieder mal bescheidenes wetter so wie immer ich werde hier mal einen davon mitnehmen weil ich jetzt nicht weiß wie es bei uns drüben aussieht das wäre eigentlich alles was für ein händler lassen wir jetzt erst mal hier können wir uns später mal antun so was haben wir hier noch gläser können wir eventuell mitnehmen davon kann man nie genug haben wir nehmen das nähtzeug mit mir wenn die tabletten wir mal mitnehmen das ist eigentlich was für hier drüben für den händler nein was machst du denn wieso kann ich das eigentlich ja klar ich hab's ja nicht stabilisieren kann ich so aufnehmen ach ja das war uns mal wieder eine lehre so ich höre dich ich sehe dich nicht da bist du okay okay die sonne kommt ein bisschen raus so dann tun wir das noch hier rüber ne halt andersrum so dann nehme ich alles davon rüber dann das 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 nehmen wir mit das nehmen wir mit obwohl ich es eigentlich nicht brauchen wirklich aber egal wir nehmen es mit okay was haben wir hier noch das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir auch nicht die pflanzen wäre eigentlich was zum anbauen aber wie gesagt ich bin mir noch nicht richtig sicher wo wir uns letztendlich nieder lassen und deswegen ja das einzige wenn ich die kartoffel pflanzen die werden wichtig ne okay also wir machen jetzt folgendes beginnt zu unserer schlafstelle zurück werden es dort neu ausrüsten das heißt das was wir jetzt nicht brauchen wir mal da lassen und dann haben wir ja mal irgendwann mal die villa hier hinten gefunden hier hinten und die würde ich mir gerne heute anschauen ich hoffe dass man da rechtzeitig hinkommen was natürlich auch prickelnd wäre wenn man irgendwie mal zu einem fahrrad kämen das wäre wirklich eine nette geschichte aber eine möglichkeit wäre natürlich wir machen beim händler hier aufträge und bekommen darüber dann vielleicht irgendwann mal ein fahrrad das wäre auch was aber ihr wisst ja wie ich zu aufträgen stehe nur wenn es eigentlich unbedingt sein muss ja rein theoretisch hat man ja das so gemacht wenn wir behandeln wollen dass man auftrag machen aber naja wo ist das hühnchen ist hier noch einer ja so nicht alle auf einmal nicht drängeln jetzt schon alle also ich glaube die keule ist nicht schlecht seit wir diesen mod mit rein gemacht haben dass es eben ein bisschen mehr blutet und so dass man blutungsschaden erzeugen glaube ist keine schlechte sache ich glaube wir können auch mal ein bisschen holz verkaufen beim händler da freut er sich da kann er sein holzpalast weiter ausbauen oder reparieren und wir haben wieder ein bisschen geld denn wir haben glaube ich momentan so um die 900 holz ja das ist vielleicht dann doch mehr als wie wir brauchen und natürlich nehme ich die baumstämme trotzdem immer mit wenn man wenn sie über den weg laufen ja momentan drei honig das ist absolut super aber ich möchte auch dass es so bleibt und deswegen ja so waffen sieht gut aus warum haben wir hier schon wieder kein fall drin stehe ich nicht da sieht alles sehr prickelnd aus wunderbar das war knapp das war sehr knapp ich glaube wir haben was zum anlegen oder tragen ja sehr schön ja dann werden wir gleich mal nehmen wir sind zu früh für den händler sind wir zu früh das heißt einfach wir machen ausflug wir werden das einfach vorziehen und wir werden den ausflug zum händler machen so ja mal essen drin freunde ja wir hätten das mitnehmen sollen ja ich höre schon wieder jemanden kommen ok hier haben wir alles mögliche drin das ist geöffnet das ist geöffnet jetzt sie ist wunderbar und das können wir lernen dann machen wir das so also ist das was für den verkauf sehr gut ok haben wir das auch ohne pille haben gefunden das ist natürlich genial das ist absolut genial so das nehmen wir auf alle fälle mit das brauche ich nicht das war ja nicht das können wir vielleicht mal hier rüber tun in die essenskiste das brauche ich auch nicht das tue ich mit hier rüber obwohl ein können wir vielleicht mitnehmen ich weiß nicht wie es da drüben wird so ich nehme mal was zu essen mit das tue ich rüber halt warte mal ich mach was anders ich lass das hier und wir machen das so so was haben wir denn noch die tabletten nehmen wir mit wir nehmen davon eins mit rest lassen wir hier davon nehmen wir eins mit rest lassen wir hier ich nehm ich nehme davon zwei mit dann lassen wir den rest hier okay waffen wie sieht es denn da aus eins wird man mal mit einem reparieren hier ja reicht zu dann können wir das nämlich da lassen das kommt hierhin ja und ich glaube so kann man es eigentlich erst mal lassen das kommt hier runter was brauchen wir noch zu trinken was war das altstoffvertrag hacker nee ja hier haben wir nämlich auch schon ein paar pflanzen und samen das ist absolut prickelnd sehr schön sehr schön ich tausche das mal dann sieht man das besser okay was haben wir hier noch das läuft ja ich glaube geld können wir da lassen klar haben wir auch alle jede menge auch kein problem so haben wir noch irgendwas ich glaube das ist gut so gut da würde ich sagen machen wir los machen wir nicht lange rum okay wie sehen unsere werte aus essen hätten wir was können das können wir gleich nachholen dann essen wir noch mal was davon und dann trinken wir noch eins dann haben wir das auch erledigt so wunderbar okay die leeren gläser können wir mit den yucca pflanzen auffüllen da haben wir auf alle fälle im notfall was zu trinken geld hatte ich jetzt raus getan da drüben wäre ein automat gewesen wie gesagt ich habe ja mal gesagt wir machen das mit den automaten so einmal leeren und dann sind sie leer aber dafür brauchen wir eben das geld ne so waren wir hier schon drin ja auf den habe ich jetzt kein bock und ich glaube wir können wieder neue skill punkte vergeben unser level ist aufgestiegen trage kapazität wäre momentan vielleicht nicht schlecht aber auch heilung wäre nicht schlecht ja es gibt vieles was nicht schlecht wäre ja unsere stamina müsste auch ein bisschen besser nach oben kommen kann aber daran liegen weil wir alt ein bisschen geschwächt sind dass es uns deswegen nicht ganz so gut geht ja ich werde mal mit essen wir lassen das mal so wie es ist denn vielleicht haben wir wieder dass wir ein bisschen leben verlieren dann bringt uns das essen ja auch wieder ein bisschen leben zurück deswegen ist es vielleicht auch gut wenn man da mal ein bisschen zurücksteckt und nicht ganz so gestätigt ist ne satt macht ja auch träge dann geht er auch nicht mehr viel zumindest in der realität so schöner nebel zieht auf wunderbar oh frühstücksei sehr gut also wir schauen mal wo wir hin müssen wir müssen ein bisschen weiter da runter könnten aber rein theoretisch trotzdem einen kleinen bogen laufen vielleicht finden wir noch einen holzstamm irgendwo wäre ja jetzt auch nicht so verkehrt ich lasse mal die waffe hier gezückt da ist zum beispiel einer und hier ist müll nehmen wir mit auch wenn es nicht prickelnder müll unbedingt ist ja ich habe jetzt mal auf der karte übrigens auch die nacht mal alle kisten soweit und alle lagerplätze die man noch nicht eingetragen haben eingetragen ich hoffe ich habe alle aber ich habe so das gefühl ich habe ein oder zwei vergessen kisten die man irgendwo hingelagert hatten aber dann wäre das eben mal so die finden wir durch zufall wieder spätestens wenn wir irgendwann einmal das moped haben oder das fahrrad und dann zufällig vorbeiradeln so das sind nur pfeile äh federn die können wir übrigens auch mal irgendwie beim händler mit abgeben oh da war ein honig drin sehr schön mal umschauen ob es hier irgendwas gibt da ist noch ein baumstamm ja und dann hoffe ich dass wir hier nicht unbedingt den größten wolf in die arme laufen sollte es so sein dann ist es halt so ne also genau kann ich nicht sagen aber ich würde mal so sagen alle 45 baumstämme ist was drin aber ich glaube das ist reiner zufall ja dann ist das so ne einmal gut okay jetzt müssen wir mal schauen wo wir hin müssen wir sind doch schon ziemlich nah das ist gut so okay ich habe das mal alles da kommt besuch ehrlich schön naja geht doch wie gesagt ich bin persönlich eigentlich ein freund von denen nicht für den von den spikes hier sondern von den von dieser stacheldraht mod die verursacht bessere blutung als das hier und hat für mich auch nachhaltiger den besseren naja wert finde ich eigentlich wieder ein honig sehr gut hier am haus sind viele baumstümpfe auch nicht schlecht noch ein honig läuft das war aber jetzt nicht schon wieder ein honig drin oder also hier sollte keiner drin sein würde mich jetzt wundern ja aber man soll ja niemals nie sagen ich würde sagen wir rennen erstmal eine runde ums haus dann erstmal abchecken aha wieder ein baumstümpf okay aha aha ja das war jetzt nicht unbedingt lohnswert aber gut eine leere zerstörte werkbank ja irgendwann können wir die vielleicht doch mal abbauen ja hier sind wir ja schon lang gekommen jetzt muss ich nochmal auf die karte schauen wir sind am richtigen häuschen ne das war doch die villa die ich meinte die ich gesehen habe aber die sah irgendwie in meiner erinnerung ein bisschen anders aus nichtsdestotrotz wir schauen mal auf die karte vielleicht gab es ja noch eine andere ne das war die schon gut dann würde ich mich erstmal um die baumstämme hier kümmern einen haben wir nach oben und hier ist auch wieder einer hammerhart was du denn für einer war nicht so ein lärm hier so hm 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 hoch hm hm ich hoffe hier sind keine hunde hm 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 Ah, pfff. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr sowas wie eine Wanderhorde oder sowas? Eigentlich. Ne, aber wir haben ja Pfeile. Was soll der Geiz, ne? Ich glaube, der habe ich schon einen Hals langgezogen. Auch nicht schlecht. So, wir können aber mal schauen, ob hier vielleicht was drin ist. Mal einen Klopfer machen. Ne, definitiv nicht. Ja, ich bin immer noch der Meinung, es gibt eigentlich keine Wanderhorden. Das ist, ja, die kommen aus dem Umkreis. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch irren. Hallo, wo kommst du denn her? Ja, wenn dann hier so fünf, sechs auf einmal auftauchen, dann hat das natürlich den Geschmack, als wäre es eine Wanderhorde. Aber für mich ist das trotzdem keine. Seid ihr alle aus dem Haus gekommen? Ne. Da flüchte ich mal. Bis meine Energie ein bisschen wieder höher ist. Juhu. Hier bin ich. Ja, wo sind die denn hin? Oh, schön. Schöne Punkte. Sind die mir noch mal hinterher gehuppt? Auch nicht schlecht. Okay. Ruhe jetzt hier. Hier haben sie bitte dran rumgebastelt. Okay. Sieht nicht so, als ob die von innen gekommen wären, oder? Nein. Aber hier drin sieht es gut aus. Gefällt mir. Dann würde ich doch mal sagen, wir suchen uns jetzt einen gemütlichen Eingang. Das könnte vielleicht sogar eine Base sein, von der wir immer losmachen. Oh, hier ist offen. Schön. Hallo. 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 Gebt mir meine Pfeile wieder. Ach, Mensch. Kein Verlass auf dich. So, jetzt muss ich das mal hier ein bisschen schön machen. So. Und so, dass wir was sehen. Sieht es mit der Barbiergruppe aus? Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Gehen wir mal in die Küche gucken. Oh, frischer Kaffee. Na gut. Da ist nichts. Hier gibt es was zu essen. Yippie. Okay. Was haben wir hier? Klaas. Ähm. Hat man hier eine Lagermöglichkeit? Ne. Dann lagern wir das einfach mal hier im Ofen. Was wir jetzt nicht brauchen. Hm. Ja. Hm. Das ist schon voll. Okay. Dann machen wir das so und so. Gut. Machen wir das so und das kommt da rein. Okay. Geht's weiter. Ja. Hier kommt man nicht durch. Hier geht's weiter. Okay. Sehr schön. Hm. 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 Ich muss mal gucken, dass hier einer vom Himmel fällt. Okay. Und wenn er plötzlich hinter uns steht. Das wäre nicht so. Wo rennst denn du hin? Alter, was war ich bei Koppit? Ist eigentlich nicht so gut. Okay. ich hoffe dass es kein extremes gebäude hier ist was ich mir ausgesucht habe ich kenne das nämlich überhaupt nicht ja erstmal alles nachladen wie gesagt für den notfall haben wir noch den revolver oh sehr gut, läuft aber wisst ihr was ich mache? ich nehme mal hier die Fackeln ein bisschen mit ich glaube ich brauche hier nicht alle da lassen machen wir mal hierhin eine und vielleicht eine hierhin und eine hierhin so so waffen sind auch planen ja 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 läuft wir reparieren mal so das sieht gut was ist denn das hier? oh Bücherregal sieht ein bisschen putzig aus oder? hat er irgendwas gelitten? das nehme ich mal mit ok Kassen ist leider nichts was haben wir hier noch? das ist alles leer keine post da für die gäste hier gab es wohl eine überhastete flucht wenn man hier drauf geht geht das bestimmt weg ne? oh was war denn das? Beutebonus tragen definitiv tragen seht ihr? Beutebonus ist geschlossen dann benutzen wir es sehr schön wow hier gibt es hier gibt es richtig gutes zeug hier das ist ein sehr gutes haus ja ich gehe mal heben hallo da geht es in den keller da wollen wir erstmal nicht hin ok ok gut das haben wir erstmal das glaube ich mitten hier drüber ok also hier waren wir soweit fertig dann kann ich die wieder mitnehmen hier waren wir auch soweit fertig jawohl ok die können wir mal da lassen die zwei ist da oben? ne das war bloß Barrikade das ist erledigt hier ich denke wir werden hier runterfallen wenn wir hier auf den Teppich treten ne? die Tür scheint zu zu sein hier gibt es ein Bücherregal sehr schön also das haus gefällt mir ich habe das noch nie gehabt ich kenne das nicht das muss auch eines der neueren sein auch wenn es aussieht als wäre es schon lange implementiert aber es bin eigentlich im lauf der zeit in vielen häusern drin gewesen und das kenne ich gar nicht so wie machen wir es erst oben erst unten gute frage würde ich sagen gehen wir mal in den keller schauen der automat ist erledigt so was haben wir hier dreckige wäsche machen wir erstmal hier weil hier offen ist wie das hier eher rumgammelt ok also hier sieht es ja hier gibt es nichts weltbewegendes ok wie sieht es denn aus wir könnten vielleicht mal was trinken da würde ich aber mal das ist das glas nämlich weg ja egal die können wir mal können wir das schon machen die können wir nicht da kann nichts zerlegen das ist kein problem das kommt hier rüber so die hebt mal auf das hebt mal auf ok gut sind hier irgendwelche verstecke ja sieht nicht so aus keine unebenheiten dann gehen wir einfach mal Toilette ja toll was war denn das hier für eine unebenheit ist mein schlag völlig ins walhalla gegangen so ok hier ist nichts Medizin ok naja gut es hätte schlimmer sein können aber es hätte etwas besseres sein können ok was haben wir hier das schöne ist wenn man die Fackel benutzt haben wir keine Abbenutzung auch irgendwie nett so gibt es hier noch irgendwas hier ist noch ein Papierkorb oder Mülleimer ok gut dann haben wir das erstmal dann schauen wir hier rein ok sieht ganz normal aus das ist nix hier ist es ok Sand also Sand brauchen wir glaube ich nicht den können wir raus tun wir können aber die schöne Hose anziehen haben wir auf alle Fälle etwas besseres als was wir jetzt haben ja ich werfe das mal raus das brauche ich jetzt gerade nicht wollen wir was essen jo machen wir was bringt uns das 10 dann nehmen wir die auch noch ich werfe das auch mal raus ok gut weiter geht es ja ich glaube da sind wir hier unten schon fertig ne ja mehr ist nicht ok dann geht es wieder hoch dann schauen wir mal was oben gibt wie soll das Haus das tun wir jetzt noch durchkämmen so viel ist ja nun auch nicht ne so hier gibt es einen Stuhl den können wir kräften was ist das hier glas ok müsste ja eigentlich alles runter gefallen sein an äh ich wollte gerade sagen an Terroristen an Zombies die müssten ja eigentlich alle auf uns runter gepurzelt sein ne ja ich vermisse eigentlich irgendwie Saves ne Saves findet man nicht mehr so häufig oder äh ich weiß nicht vielleicht sehe ich sie auch bloß nicht oder die sind besser versteckt so das können wir auch nicht was ist denn das im Bauplan Gelände Fahrzeugscheinwerfer mod benutzen und zerlegen sehr schön leider nicht viel Ausbeute aber ok besser als nix so hier gibt es noch ne kleine Kiste da war wieder Sand drin den werden wir gleich raushauen und hier ist ne Tür so den Sand hauen wir raus ah Fernkampfschaden Wasser brauche ich eigentlich nicht ist eher was für ein Verkauf sag ich ganz ehrlich hier ist irgendwas dahinter ok ähm da bin ich mal so frei und mach das mal weg hier stört mich ok hier haben wir irgendwo nen Geier ok hier haben wir irgendwo nen Geier ich glaube der hat sich zu früh enttarnt ne hätte der ein bisschen gewartet wäre das für den besser gewesen ich mach hier nochmal ein bisschen Licht und dann würde ich mal Tüdelü jetzt würden wir mal schauen machen wir mal so hier da aha seht ihr so kann es gehen ja das machen wir jetzt noch fertig hier das Haus in der Folge geht ja vor allem los hier hier ist hier 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 Haben wir eine Schaufel? Ne, haben wir nicht. Aber wir können mal was trinken. Dann ist das auch weg. Dann habe ich wieder zwei Plätze frei. Dann kann ich das hier mitnehmen. Irgendwann können wir die Spitzen ja vielleicht auch mal verarbeiten. Okay, gut. Wie sieht es aus? Waffe ist geladen, Waffe ist geladen, Waffe ist geladen. Sehr gut. Okay, also hier waren wir soweit fertig. Hier könnte man dann rausgehen. Ich würde aber mal hier schauen gehen, wo das Miststück ist. Ich glaube, der kommt, ne? Können wir hier was dran machen? Juhu! Der will nicht. Der hat keinen Bock. Okay, dann gehen wir hier durchs Fenster, so wie es gewollt ist. Das können wir zerlegen. Was können wir noch zerlegen? Nix. Nix. Okay, ich nehme meine Fackel mit. Ah-ha. Na ja. Wir sind wieder herrlich überladen. Hammerhart. Hammerhart. Also man muss hier raus, ganz klar. Und dann tut man den schönen Geier in die Arme laufen. Schön, schön. So, haben wir irgendwie Knochen oder sowas? Das brauche ich momentan nicht. Das wäre was für ein Verkauf. Papier wäre was für ein Verkauf. Ich würde das mal so machen. Das würde ich mal zerlegen, einfach. Auch wenn es jetzt nicht gerade sinnvoll ist. Aber gut, dann ist das so. Okay, die würde ich mal essen. Dann sind die weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, wie sieht es mit Trinken aus? Trinken sieht gut aus. Dann würde ich hier eins davon essen. Und dann geht es los. Keule raus. Und einmal Gepäck looten. Ja, wenn wir noch eine bessere Hose haben, dann werden wir die anziehen. Ansonsten können wir mal ganz kurz schauen, was die für Werte hat. 6,9 und 3,9. Und die hat, äh... Okay, die ist besser. Dann lassen wir das so. Ich glaube, durch das Haus geht es noch ein bisschen, oder? Kann das sein? Am Ende hätten wir auch hier durchgekonnt. Genau. Ah, ich habe es geahnt. Die Tür haben wir nämlich total vergessen. Ach, dann geht es eben andersrum. Komm. Ist das schon wieder dunkel? Wow. Also das Wetter ist echter Hammer, ne? In 5 Minuten ist hier der Weltuntergang. Krass. So, hier lang? Wollen wir hier lang gehen? Das ist aber schön. Schön für den Regen geschützt. So, einmal hier rüber. So. Ich glaube, wir haben unsere Fackel zerschossen. Ach man, das ist so ungünstig. So, haben wir alle? Okay. Jetzt haben wir hier ein Loch erzeugt. So, erstmal Tür zu. Wo sind eigentlich meine ganzen Fackeln? Habe ich die alle zurückgelassen? Na, dann ist das so. Ich hänge die mal hier hin und wir fangen mal an, hier ein bisschen rumzuklopfen. Okay. Hier haben wir einen Mülleimer. Sehr gut. Dann nehmen wir die mit. Geht's mal hier rein. Das können wir nicht mitnehmen. Haben wir noch was zum Kräften hier? Das können wir. Dann können wir das jetzt mal mitnehmen. Sehr schön. Ja, wie gesagt. Wir sind voll wie die... Wie war's denn? Hier ist der Hauptloot. Okay. Schön. Schön, schön. Ja, geil. Ja, geil. So, wie viele Pfeiler haben wir denn überhaupt? Wo sehe ich das denn? Na, hier. 125. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das deckt. 250, 150 Pfeile. Da sind wir aber die Pferde dann los und wir haben einen Platz frei. Sehr schön. Hammerhart. Eigentlich ist es schade, um solche Pfeile, ne? Hm. Hm, 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 hm. So, ich hack das mal auf hier halt. Wir machen mal hier eine Fackel hin. Lass mal was sehen. Wollen wir jetzt noch sehen, was im Hauptloot drin ist, oder? So, da waren Frames drin. Oh, wieder was zum Lernen. Jupp, das haben wir noch nicht. Und das haben wir auch noch nicht. Sehr gut. Schöne Sache. Wir haben leider keine Schaufel dabei. Gut, dann ist das so. Also, hier waren wir fertig. Was ist denn das hier? Ein Schlüssel? Oh, wow. Sind wir immer noch nicht fertig? Oder ist das der Ausgang? Wenn das der Ausgang ist, wäre ja geil. Hm. Okay, ich mach mal hier eine Markierung an dem Haus, dass wir also hier noch Kisten haben. Wie macht man das am besten? Ähm, bumm, 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 bumm. Ich tue das mal als Loot markieren. Zeigt er das uns auch auf der Karte an? Ja, irgendwie schon. Ich tue die mal zurück und das. Okay, das ist alles voll. Das brauche ich hier eigentlich nicht. Gut. Dann nehmen wir die mit zum... Wo ist jetzt meine Fackel? Meine Fackel. Ich habe bloß noch die eine. So, komm her, hier. Jetzt, Mensch. Und zerlegen. Okay. Es geht los. Ja, ich glaube, da sind wir fertig, ne? Das ist der Ausgang. Schöne Sache. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Damit haben wir es geschafft. Äh, ja, war ein nettes Gebäude. Kannte ich so noch gar nicht. Und hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, bis der nächsten Folge. Tschau, tschau. Und auf bald. Und... ...